Wie in vielen anderen Branchen findet die digitale Disruption aktuell auch in der Marketingwelt statt. Das heißt, die Marktdefinition und Nachfrage unserer Kunden ist viel umfassender rund ums Kundenerlebnis zu verstehen. Das Kundenerlebnis beginnt mit der Innovation und Ausgestaltung relevanter Produkte und digitaler Services und setzt sich in allen Prozessen der Marktbearbeitung fort, über Marketingkommunikation, Vertrieb und Logistik bis in die Prozesse. Dies erfordert die Kombination von klassischen Fähigkeiten wie Strategie, Technologie, Kreativität und Betriebskompetenz in einem Team, was wir mit Accenture Interactive gebündelt haben und weswegen wir von Forrester, AdAge & Co. als Marktführer für Customer Experience Services gesehen werden.